Du wolltest auch einen Favorit haben, ne? Guck hier, da hat's Brechen. Wo packen wir die am besten hin? Bitte? Mein ursprünglicher Plan kann man nicht sagen, eher mein ursprünglicher Wunsch wäre gewesen, dass ich beim Norseman teilnehmen kann dieses Jahr. Da hab ich mich endlich getraut, quasi meinen Namen in den Hut zu werfen, hab dann aber kein Glück gehabt bei der Ziehung. Die Startplätze werden gezogen und ich hab keinen bekommen und da musste ich umplanen. Und dann bin ich so die Liste der Rennen durchgegangen und man hätte alles und nichts machen können. Ich wollte jetzt auch nicht back-to-back wieder in Hamburg starten. Das hab ich kurzzeitig auch überlegt, aber dann hab ich irgendwann überlegt, ich muss was anderes machen. Und ich hab dann im Winter ein Interview mit Alan Hofda geführt, mit dem zweifachen Norseman Sieger. Und der hat mir erzählt, dass er eine lange Distanz direkt vor seiner Haustür weg macht. Dass er das einfach plant. Er schwimmt quasi direkt vor seinem Haus, kann er ins Wasser gehen und dann macht er eine lange Distanz. Und da hat's irgendwie Klick gemacht. Und ich hab gesagt, warum mach ich das nicht eigentlich auch? Wie viel Bar werden's? 5,1. Knapp, knapp übers Ziel. Kommt ein wenig vor, haut aber hin. Das mach ich wahrscheinlich noch 10 Mal heute. Ja, 180 Kilometer, freust du dich? Ich freu mich, ja. Ich hab ein bisschen Angst auch, aber tatsächlich freu ich mich. Und so wie es aussieht, ist die Wesermarsch heute einigermaßen gnädigt, was den Wind angeht. Das scheint ganz gut zu sein. Ich hab ein tolles Trainingsrevier bei mir direkt vor der Haustür und ich hab mich schon so oft gefragt, warum gibt's hier eigentlich kein Rennen? Das würd ich so gerne machen. Ja, dann hab ich's selbst gemacht. Ach so, Samenklänge rollen. Samenklänge, vielleicht. Besser ist es. Es wird sonnig. Ja, stimmt. Dann hab ich eine Garage. Einbrille. Schwimmgedöns. Abfahrt. Das nicht, das muss nachher mit zum Laufen hier. Das können wir hier lassen. Aber die ganzen Flaschen, oder? Die nehmen wir jetzt erstmal mit dir. Die sind dann aber auch zum Teil nachherlaufen. Man muss das Thema Verpflegung ja komplett selbst angehen. Es gibt keine Verpflegungsstellen. Es gibt keine Toilettenhäuschen, wo man anhalten kann. Dafür muss man halt sich irgendwie einen Plan zurechtlegen. Aber das hat im Nachhinein alles sehr, sehr gut funktioniert. Gut, dann packen wir jetzt das Rad ein und dann den Rest oben drauf. Los geht's. Das ist ja nicht immer so. Das ist ja nicht immer so. Das ist ja nicht immer so. Das ist dein Helm. Gut, jetzt ist die Wechselzone geschlossen. Bitte begeben Sie sich zum Schwimmstart. Ich finde, eine Langdistanz an sich zu machen, ist ja schon was, wo man all in gehen muss eigentlich mit seinen Mitteln, die man hat. Das Bewusstsein habe ich dann durchaus auch, dass ich einfach mein Training durchziehen muss. Angefangen zu trainieren, habe ich nach noch einer Urlaubsphase letztes Jahr im Oktober, habe ich dann wirklich mit dem November, im ersten November wieder angefangen, strukturiert im Training. Nein. Denkst du jetzt gerade nur ans Schwimmen oder schon ans andere? Ne, erstmal nur schon. Immer eins nach dem anderen. Jule wird böse sein. Warum? Weil ich mit dem Finger reingegangen bin. Ach so. Wenn du jetzt gleich noch ableckst, dann… Ne, das mache ich nicht mehr. Das hat von mir ausgetrieben. Oh, da hinten ist tatsächlich ein Kern, glaube ich. Da angeln welche. Also der Ort war im Prinzip direkt von Anfang an festgezurrt, weil das ist mein See, Hohenbökener See oder Sielingsee, wie er auch genannt wird, ist ein Ort, der ja einfach der Badesee schlechthin da in meiner Region ist. Und im Moment ist da halt noch niemals. So früh am Jahr und da spielt auch das Wetter sicherlich eine Rolle. Die Badesaison mag jetzt gerade erst oder fängt jetzt gerade erst an. So war klar für mich, den werde ich für mich haben mehr oder weniger. Und deswegen war der See klar. Auf dem See wusste ich, dass es ein paar Bojen gibt. Und da habe ich dann am Anfang noch verschiedene Sachen ausprobiert. Nur hin und her schwimmen zwischen zwei Bojen. Ja, eine andere Formation. Ich habe mich am Ende letztendlich für ein Dreieck entschieden, weil das so von der Orientierung für mich sehr, sehr gut war. Also ich konnte alle Bojen gut anschwimmen und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir sehen uns in knapp zwei Stunden wieder. Dann bis später. Viel Spaß Nils. Man muss sich natürlich, so ein bisschen muss man sich ablenken. Ich habe dann viel für mich gesungen quasi innerlich, weil im Wasser singen ist halt nicht so nicht so spektakulär. Deswegen habe ich mir halt ja darüber Gedanken gemacht. Einfach immer wieder so Textzeilen, die mir immer wieder durch den Kopf gehen. Das kann auch ganz unterschiedlich sein, was das dann so ist. Das ist sicherlich das eine und man hat halt auch eine ganze Menge noch mit Orientierung zu tun. Das ist halt so ein bisschen so ein kleiner Nachteil im Vergleich zu einem Rennen, wo halt viele Leute um einen raus sind. Irgendeinen findet man immer, der vielleicht einen Tick schneller ist, als man selber gerade selber schwimmen würde. Aber der immer noch langsam genug ist, dass man dranbleiben kann. Und dann hat man einfach diese berühmten guten Beine, guten Füße, an denen man sich hängen kann, Kopf rausschalten und dranbleiben. Das war mir jetzt nicht vergönnt und von daher war das so eine kleine Herausforderung, da immer wieder hoch zu gucken, alle paar Züge, um dann auch nicht zu viel Zickzack einzubauen. Musik Ich habe am Anfang befürchtet, dass es ein Problem sein könnte, mir das zu merken, auf welcher Runde ich bin. Aber das hat tatsächlich total gut funktioniert. Also ich war immer im Bilde, habe mich natürlich dann trotzdem gefreut, wenn es Signale von draußen gab, wenn reingerufen wurde, wie viel ich noch machen musste. Da habe ich den Daumen hoch gehoben und habe gesagt, weiß ich selber, bin gut am Start. Aber da einfach dann sicher zu sein, dass man da keinen Quatsch macht. Ich wollte jetzt auch nicht immer auf die Uhr gucken, wie viel ich dann schon habe. Ich musste dann am Ende immer noch mal so ein bisschen tricksen. Das wusste ich irgendwie. Je nachdem, wie viel Zickzack ich geschwommen wäre, war klar, ich muss noch mal ein Stück raus und wieder rein. Aber es ging fast auf den Meter auf. Also da war ich sehr, sehr glücklich, dass dann, ich glaube, vier Meter zu kurz waren es am Ende. Aber die gönne ich mir. Eine Runde noch! Letzte Runde! Eine Runde noch! Letzte Runde! Geschafft! Wie war's? Wie war's? Ach, besser als erwartet. Mal gucken. Sehr gut! Langsam als erwartet. Egal! Du hast doch gesagt 1,45. Ja, das passt genau. Ja, tschau! Hast du die Distanz? 1,75. 1,75 oder so. 1,75 oder so. 1,75 oder so. Das ist ja perfekt. Passt, ja. Ja. Letzte Runde. Ich bin doch ein bisschen zäh, ja. Ich würde fast so weit gehen, dass das das beste Schwimmen war, was ich jemals hatte. Obwohl es überhaupt nicht das schnellste war. Aber ich war zum ersten Mal, dass ich aus dem Wasser gekommen bin und nicht erst mal gucken musste, dass mir der Kopf schwirrt, dass mir die Beine wegknicken. Das ist tatsächlich was, was ich gemerkt habe. Auch in der Vergangenheit musste ich dann doch öfter mal Brust schwimmen. Und ich habe es jetzt tatsächlich mal geschafft, wirklich vernünftig durchzukraulen. Und ja, es war am Ende langsamer auch als das, was ich vielleicht mit guten Beinen vor mir hätte schaffen können. Ah, ist das hier! Ja. Ja, ich darf dir leider nicht helfen. Ja, das ist... Regeln sind Regeln. Regeln sind Regeln. DTU guckt zu. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Wechselzone vor uns. Ist das hier für mich? Ja. Das drücken wir gleich zu rein. Aber wenn der Sonne ist ganz warm, ist es noch was drüber? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich trau will das eben trocken gleich so ein bisschen. Ja. Und dann geht das so. Ich kann nicht sagen, was hätte ich gemacht, wenn ich wirklich verletzt gewesen wäre. Was hätte ich gemacht, wenn Hagel angesagt gewesen wäre. Ja, möglicherweise wäre ich dann nochmal ins Grübeln gekommen tatsächlich in meinem Kopf. Und das mag rückblickend dann so ein bisschen fahrlässig sein, habe ich mir versucht, darüber keine Gedanken zu machen. Sondern ich habe mich immer bei bestem Wetter über meine Lieblingsstrecken fahren sehen. Kam dir beim Schwimmen schon mal der Gedanke, wie irre das alles ist? Überhaupt nicht. Ich fand es echt ziemlich cool. Letzte Runde war ein bisschen zäh. Da habe ich dann gedacht, Schultern tut so ein bisschen weh und so. Aber davor habe ich mich auch die ganze Zeit gefreut, dass es überraschend gut geht. Wenn der ganze Tag so geschmeidig läuft, dann wird es gut. Aber geiles Wasser, geiler See, keine Wellen, tipptopp. Na dann. Bis später. Coole Fahrt. Ich habe bei der Planung der Radstrecke schon immer versucht, irgendwie auf meinen Strecken zu bleiben, auf denen ich sonst auch so unterwegs bin. Und mir davon aber das Beste rauszusuchen, was ich auf einem möglichst kleinen Raum unterbringen kann. Und habe dann immer versucht, mir noch Strecken rauszusuchen und Abschnitte, wo ich viel auf dem Radweg fahren kann. Aber dann eben auf guten Radwegen und nicht auf Wurzelpisten, die komplett durchzogen sind oder viel Schotter. Da habe ich dann schon versucht, irgendwie eine Mischung zu finden. Ja, guter Asphalt und der war tatsächlich teilweise auf den Radwegen besser als auf der Straße. Von daher hat das gut funktioniert. Beim Radfahren tut man ja immer gut daran, sich das eben nicht als 180 Kilometer vorzustellen, weil das ist einfach zu viel. für den Kopf. Ich glaube, das bekommt man gar nicht hin. Das könnte dann auch ziemlich beängstigend sein, wenn man dann merkt, ich habe erst 90 oder so. Das ist dann halt nicht gut. Alles okay? Nein. Deswegen schon klar Runde für Runde und dann aber auch trotzdem ein Stück weit auch nach dem Gefühl. Ich bin ohne Powermeter gefahren und habe einfach gesagt, ich will das einfach so fahren, wie ich mir das zutraue und wie das auch mit den Bedingungen letztendlich funktioniert. Denn das ist gerade bei uns hier im Norden ist halt der Wind häufig ein Faktor und wenn der ungünstig kommt, dann kann das einem auch irgendwelche Zeitplanungen und so weiter schon ziemlich zerschießen. Deswegen habe ich mich davon komplett frei gemacht und habe gesagt, ich fahre das einfach so, wie sich das gut anfühlt und gehe das dann Runde für Runde an. Und so habe ich es dann letztendlich auch gemacht. Das war Runde Nummer eins. Ja, schon geschafft, ey. Der hat jedes Mal rot. Ja. Der hat vorhin schon rot. Der hat auch ganz lachen. Sehr gut. Doch, es ist schlimm und gut. Verdammte dritte Runde, komm gleich. Ja, nein, 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 nein. Das stimmt. Dass Anna dann auf der dritten Runde mich begleitet hat, war eine unheimliche Hilfe. Sie ist dann zwar tatsächlich ja nur hinter mir gefahren, aber allein eben das zu wissen, dass sie da ist, dass, ja, dass man nochmal eine Begleitung hat, auch irgendwie, dass man im Kopf nochmal vorausfährt und quasi, ja, die Strecke präsentiert quasi so und nochmal zeigt, wie schön das da ist und was für eine tolle Radrunde war. Das hat mir auf jeden Fall dahingehend sehr geholfen im Kopf, dass das einfach auch nochmal was komplett anderes war als die zweite Runde zum Beispiel. vom. H Kolleginnen und Kollegen Dust. 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 Motivierend war es auf jeden Fall zu wissen, oder gefühlt zu wissen, dass ich schneller unterwegs bin als in Hamburg. Und auch vom Gefühl her war es einfach auch ein anderes. Ich wusste, dass ich auch schon vorher bei anderen Rennen auf dem Rad teilweise schon auch dann gelitten habe mittendrin und echt schwierige Phasen hatte, wo man gemerkt hat, okay, jetzt geht auch die Leistung runter und so weiter. Und das hatte ich hier überhaupt nicht. Ich wusste genau, ich bin gut durchgefahren, das hat alles gut funktioniert und von daher war ich mir eigentlich auch sicher, dass ich schneller unterwegs war. Und das kann man natürlich im Nachhinein immer behaupten, aber ich glaube, dass es auch tatsächlich von der Zeit her noch mehr drin gewesen wäre, wenn eben nicht diese Orientierung, dieser ständige Wechsel rechts, links, Radweg, Straße, Schotter, Einfahrten, wenn das nicht dabei gewesen wäre. Ich versuche das noch nicht zu Wort. Also ich versuche es noch nichts um die Entfernung. Ich versuche es hier irgendwie zu viel, dass es nicht zu viel schuldig ist. Die letzten zehn waren brutal anstrengend. Total, mega Gegenwind und naja, egal. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt ist es vorbei. Dann da irgendwie letztendlich auf dem Hof zu fahren, ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist das natürlich immer der Move, den man normalerweise hat. Der Tag ist vorbei, man hat ja auch schon genug getan. 180 Kilometer Radfahren wären ja auch genug gewesen. Dann nochmal zu sagen, ich laufe jetzt los, das war so ein ganz bisschen, aber auch nur für ein paar Sekunden irgendwie. Meine Kinder haben auf die Einfahrt gemalt irgendwie und Anfeuerungsrufe und so weiter. Und ja, dann ist es einfach schön. Man kann auch ein bisschen quatschen. Stimmung war gut. Mein Sohn hat immer gesagt, jetzt quatsch ich so lange, seh mal zu, dass du wieder ans Laufen kommst. Die Zeit läuft. Naja, und das haben wir dann ja auch gemacht. Also das war schon schön, dann nochmal alle zu sehen und einfach nochmal ein bisschen durchzuatmen und dann auf die Laufstrecke zu gehen. Die Entscheidung komplett Laufklamotten anzuziehen war ehrlich gesagt überhaupt nicht auf meinem Missgewachsenen, sondern war ein Resultat daraus, dass ich am Anfang noch so ein bisschen überlegt habe, welchen Anzug ziehe ich an. Den, den ich dann letztendlich auf dem Rad getragen habe, der funktioniert fantastisch für mich beim Radfahren. Ich habe aber auch schon beim Laufen so ein bisschen das Gefühl gehabt, das könnte auch mal einengen und das habe ich so befürchtet. Und dann in dem Zuge kam dann irgendwann die Idee auf, ja man kann sich ja auch komplett umziehen, was ich bei einem normalen Rennen wahrscheinlich nicht machen würde oder auch nicht so auf dem Schirm hätte. Aber dadurch, dass die Wechselzone hier bei mir zu Hause war, war es überhaupt gar kein Problem. Und das hat sich als so eine gute Idee herausgestellt, dass ich mir das auch durchaus jetzt für andere Rennen vorstellen kann. Jetzt Gegenwind. Ja, aber nur kurz. Und nachher nochmal, aber das ignorieren wir noch. Ich wollte auf jeden Fall an der Weser laufen, weil da mache ich fast alle meine Trainingsläufe. Da kann ich mich absolut nicht dran satt sehen, immer aufs Wasser zu gucken beim Laufen, egal ob es lockere Läufe sind oder Intervalle, das findet eigentlich fast immer da statt. Und dass ich eben letztendlich nicht mehrere Runden gemacht habe, dahinter steckt auch so ein bisschen die Sorge, dass wenn es dann wirklich haarig wird und man läuft immer wieder an seinem Zuhause vorbei, dass dann diese Tür, durch die man einfach nur noch gehen muss und das Ganze hat ein Ende, die ist dann schon ziemlich, ziemlich groß. Und deswegen habe ich gesagt, ich laufe so weit wie es geht an dieser Tür vorbei und dann kommen diese Gedanken auch einfach gar nicht. Weser Gallery. Sightseeing Run. Besuchspunkt Nummer 1. Als wir den Radweg hier gemacht haben, haben die einen Künstler eingeladen, irgendwie aus ganz Europa, glaube ich. und haben denen dann quasi so Abschnitte gegeben und die haben die dann verschönert. Das ist ganz cool. Abgesehen von der Eastside Gallery, ziemlich einmalig in der Länge. Das ist die Taube, die mir hier auch sagt. Mit dem Knappen anbiegen. Quaiko. Quaiko. Häufig ist es so, man läuft mit dem Wind und dreht sich dann um und merkt, ups, ich hatte ja gerade Hilfe irgendwie so. Da war gerade Rückenwind. Und jetzt kommt er von vorne. Hier war es tatsächlich so, dass man schon beim Rauslaufen gemerkt hat, der ist so stark, der ist so massiv, der Wind, dass er einen regelrecht schiebt. Und das hat mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht. Da werde ich dann auch zurück müssen. Auf der anderen Seite. die Stahlwerke zu sehen. Ich bin gebürtiger Bremer und da groß geworden. Das ist halt Klöckner, Stahlwerke, das kennt jeder und passt ja irgendwie auch dann so ein bisschen zur Ironman Distanz irgendwie und ich finde, das gehört auch einfach zu der Region. So Industrie, ja will man es Romantik nennen, aber es ist halt Industrie, es ist nicht mehr alles auf Hochglanz, es ist nicht alles poliert, es ist auch alles ein bisschen schroff, aber das macht für mich die Schönheit da auch aus letztendlich und die Abwechslung. Südlicher wird es heute nicht mehr, Nils. But the morning came to break the dark, there is light. Also dieses Stück dann zurücklaufen zu müssen und ja eben nicht nur das erste Stück, sondern also wieder von da, wo wir kamen, sondern auch noch das zweite in die andere Richtung raus. Wenn man das zusammenzählt, sind es fast 20 Kilometer mit Gegenwind. Nicht ganz, aber man kommt schon in diese Richtung und das wusste ich natürlich die ganze Zeit. Ich wusste, ich muss diese ganzen Stücke noch wieder zurück und der Wind wurde gefühlt immer stärker und das war schon mental dahingehend sehr, sehr, sehr schwierig, dass ich wusste, das lässt jetzt auch nicht mehr nach bis heute Abend, sondern das pustet mir jetzt, bis ich zum abschließenden Wendepunkt komme, pustet mir das ins Gesicht. Es war noch so ein bisschen die Hoffnung da, wenn wir hinter den Deich wechseln, könnte es ein bisschen weniger werden. Wurde es leider nicht. Und das hat mental schon echt Körner gekostet und vor allem körperlich. Also ich habe schon währenddessen gemerkt, wie es einfach wahnsinnig schwer ist, gegen diesen Wind anzulaufen. Die hat wirklich zu den härtesten Dingen gehört, die ich im Sport bisher gemacht habe. Ich hätte dir noch einen Hegel angehen. Oh je. Er ist erstmal hier. Danke. Aber hast du das Gefühl, du musst dich übergeben? Aber vielleicht muss ich helfen. Ja, das geht nicht, glaube ich. Das ist wieder genau gleiche Scheiße wie letztes Jahr. Also was letztes Jahr in Hamburg tatsächlich schief gegangen ist, kann ich natürlich am Ende auch nur mutmaßen. Aber wenn ich nochmal alles dann nach dem Rennen so durchgegangen bin, was habe ich gemacht, was habe ich nicht gemacht, ist mir dann tatsächlich eine Sache aufgefallen, die ich nicht gemacht habe und dass ich habe wahrscheinlich nicht genügend Salz zugeführt. Das hat irgendwann dazu geführt, dass mir übel geworden ist, dass ich Magenschmerzen bekommen habe, dass ich keine Verpflegung mehr aufnehmen konnte und ab da an ging es dem Dach runter, weil ohne Energie dann Marathon zu laufen, funktioniert halt nur noch bis zu einem gewissen Punkt und so war es dann auch. Letztendlich musste ich dann gehen, musste bei den Verpflegungsstationen immer gehen, musste zwischendrin auch mal gehen, um mich dann erst wieder hoch zu rappeln mit Brezeln, Cola und so weiter, damit ich am Ende dann wieder laufen konnte. Das wollte ich vermeiden dieses Jahr, deswegen habe ich mich vorher so ein bisschen damit beschäftigt. Tatsächlich auch, wie viel Salz ist in meinen Gels drin, in den Varianten, wo nicht so viel drin ist, habe ich noch was zugesetzt, um einfach zu sagen, okay, ich vermeide halt dieses Szenario, ich versuche zu gucken, ist es das. Und ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt. Mein Anzug war eben nicht mehr verkrustet, war kein Salz mehr drauf, was mir sagt, dass das vielleicht ganz gut funktioniert hat. Und darauf habe ich halt reagiert. Und das war in diesem Jahr was, was ich auch unbedingt vermeiden wollte, weil ich mir sicher bin, dass meine Laufform gut genug ist, um Marathon in einer okayen Zeit für einen Agegrouper mit meinem Trainingsstand letztendlich durchzulaufen. Man geht ja natürlich schon in so ein Rennen rein und sagt irgendwie so, ja, ab Kilometer XY hat es letztes Jahr angefangen, da ging halt gar nichts mehr. Passiert das dieses Jahr wieder, hat man die richtigen Stellschrauben gedreht. Das kann man halt vorher nicht beantworten, und von daher ist da schon eine gewisse Unsicherheit dann vorhanden. Halten Zeit! Letztendlich war es dann so, dass ich quasi fast am selben Punkt wie letztes Jahr in Hamburg Probleme bekommen habe und dass es mir richtig dreckig ging. Wie wir dazu gekommen sind, war, glaube ich, allerdings ein bisschen unterschiedlich. Ich habe tatsächlich selbst beim Laufen noch mich gut verpflegt auf dem Hinweg, habe noch brav alle 20 Minuten mein Gel zu mir genommen, habe Wasser getrunken dazu, alles quasi, ja, on the go, also quasi nicht mal angehalten dafür, weil es gab ja keine Verpflegungsstation, deswegen habe ich dann aus dem Fahrradkorb die Sachen genommen, alles während des Laufens mich verpflegt, alles wieder reingelegt. Also eigentlich perfekt, überhaupt gar keine Zeit liegen lassen. Und das war auch alles gut. Vielleicht hat dann beim Laufen im Gegenwind, hätte ich vielleicht schon ein bisschen früher damit anfangen sollen, öfter mal auch dann wieder als Gel nicht mehr so gut ging, auch schon früher, ja, andere Sachen auszuprobieren bei der Ernährung. Ich habe dann einfach, weil ja kein Angebot da war, keine Verpflegungsstationen da waren, einfach mir nur so Kilometer runtergezählt. Und vielleicht dann tatsächlich wirklich ein bisschen spät darauf reagiert, zu sagen, ich muss jetzt, wenn ich kein Gel mehr habe, brauche ich irgendwie Brezeln, brauche ich jetzt irgendwie Cola. Das habe ich dann letztendlich irgendwann später zu meiner Taktik gemacht, aber vielleicht ein bisschen zu spät. Und ich glaube halt diese Kilometer dazwischen mit diesem massiven Gegenwind, die haben mich so ausgezehrt, dass dann einfach die Energie weg war. Musik 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 Der Hara ist sehr mit dem Wind. Aber jetzt ist es ja nicht mehr so extrem, meintest du? Boah, ja, aber das hat eben bei unten jetzt gereicht. Achso, du meinst ja... Ja, aber jetzt ist ja... Ja, wir laufen aber noch eine ganze Menge... Ja, wir laufen noch in die Richtung, aber... Aber ich glaube, ein bisschen geschützt. Aber geschützt, ja. Ich hab mir auch selber gedacht, in dem Moment, wo du jetzt hier Gehpassagen einbaust, wird es unfassbar schwer, das wieder in Laufen umzumünzen, weil man kommt ja irgendwie vorwärts und man weiß ja auch, man legt Kilometer zurück. Also hab ich mir gesagt, es wird gelaufen, dann dauert die Pause vielleicht ein paar Sekunden länger, aber es wird immer wieder angetreten und das ist letztendlich auch ganz gut aufgegangen. Können wir irgendwas machen und sagen, was gerade hilft? Gleich wird's schön, Nils. Okay, gleich wird's schön, Nils. Und das wolltest du uns zeigen. Genau. Ansonsten auf dem Rückweg haben wir da in Lemberda, glaube ich, die Besonderheit, dass es gleich zwei Firmen mit Abelking und Rasmussen und Lürssen gibt, zwei Werften, die die größten Luxusjachten der Welt bauen. Die werden halt da vor der Haustür gebaut und da liegt halt auch immer was. Da sind immer irgendwie Schiffe, an denen gearbeitet wird, die zur Reparatur kommen oder die dann ausgeliefert werden irgendwann. Da gibt's halt unheimlich viel zu gucken. Und, oh, I couldn't believe my lies Und, oh, I couldn't believe my lies Und, oh, I was leading me to the underside Und, oh, I rode through the pain But I would never change a thing No, I would never change a thing These trials brought me away to me Und E-Bike Das hat ja jeder Ich bin mir ja nicht so sicher, ob ich das noch hinkriege wurde Ja, also diese strengen Angaben ist tatsächlich so ein bisschen so eine Krux gewesen Denn ich hab, auf der einen Seite wusste ich es natürlich irgendwie von meiner Uhr, wie viele es noch sind Und normalerweise kann ich mich daran ganz gut hochhangeln Irgendwie so, wenn man tatsächlich so in einem Rennen, wenn man dann die Schilder sieht und sagt so Okay, bis zu dem Schild, bis zu dem Schild, das habe ich dann geschafft Weil das so diese Marken sind, die man sich dann auch merken kann Und wo man dann sagen kann irgendwie so, okay, die habe ich hinter mir gelassen, das habe ich geschafft Das hat diesmal irgendwie überhaupt nicht funktioniert Weil ich immer noch wusste, es ist eigentlich vollkommen egal, ob das jetzt 10 oder 15 oder 20 Kilometer sind Weil ich ja wusste, wie weit ist das noch, bis ich wieder zum Wendepunkt komme Und deswegen hat mir das in diesem Fall überhaupt nicht geholfen Also wenn die Streckenkenntnis zu gut ist, dann helfen solche Marken offensichtlich bei mir nicht mehr Letztendlich war der Wendepunkt die kleine Schifferkirche In die wir dann natürlich nicht mehr reingegangen sind Aber die Bank davor, die hatte ich schon als Ziel Sehr, sehr viele Kilometer Ich wusste, irgendwann kommt diese Bank und dann kann ich mich da hinsetzen Soll ich eine Kerze anziehen? Jetzt glaube ich geschlossen Bitte? Jetzt glaube ich geschlossen schon Wir sind zu spät Was ist los? Was für ein Wind, ey! Ja, was für ein Wind! Der kommt bestimmt auch nochmal von hinten! Ja jetzt! Das war Super! Ich kann. Die Seele Und ich kann. Das tweede Musik. Das schwammes Oh! Das ist, dass du. Was für ein Wind imlofen und der Drogen When love was leading me to the underside, and you and the world filled with pain, but I would never change a thing, these trials brought me away to me. Yeah, but that's all. Trotzdem nix halbes und nix ganzes. Man muss ja durchlaufen können. Das ist irgendwo was am Abend. Ja. Ich habe mich unterwegs natürlich dann gefragt, hast du alles richtig gemacht und bin dann so ein bisschen so eine Checkliste durchgegangen, Verpflegung, ja check, war alles gut. Also hat gut funktioniert, genug getrunken, hat funktioniert, genug Salz zu mir genommen, hat eigentlich alles funktioniert und trotzdem ging es dann irgendwann ja sehr sehr zäh und wurde es dann auch echt schwer. Und das hat mich dann fast schon so ein bisschen wütend gemacht unterwegs, weil ich gedacht habe, jetzt hast du mal einmal keinen Quatsch gemacht unterwegs und eigentlich dich an den Plan gehalten und alles so gemacht, wie du es dir gedacht hast. Und trotzdem funktioniert es jetzt nicht. Ja. Ja. P keeping 30 Minuten. 션, Kirst. Du bist ein installations pratischer. P, hallo. Pa, dieses Pa, 9 loin Halla Da Dra 2024 Ja Wie war eine rote Ampel so willkommen? Ich wohne in der Nähe von einem Teich, der irgendwann mal angelegt wurde, als Naherholungsgebiet im Dorf, als Park, mit einem kleinen Weg drumherum und den habe ich dann einfach nochmal genutzt, um zu sagen, okay, die letzten Kilometer, die es ja eigentlich sowieso nicht gibt, denn jeder denkt im Kopf sowieso bis Kilometer 40. Wenn die 40 steht, dann habe ich es geschafft und der Rest muss irgendwie so gehen und der Rest war dann eben noch im Teich und da wusste ich, ja gut, die drehe ich jetzt doch irgendwie ab und dann freue ich mich daran, dass ich nochmal irgendwie mit meinen Kindern nochmal laufen kann, dass irgendwie nochmal irgendwie diesen gewohnten Blick, bin ich auch schon so oft rumgelaufen, dass man den nochmal hat am Ende und dann weiß man auch irgendwann ist rum. Das ist natürlich eine unheimliche Stütze, wenn man dann sieht schon, ich habe zwar noch ein bisschen was vor mir, aber da stehen Leute, die auf mich warten, die mich anfeuern, die ich gleich in den Arm nehmen kann. Das ist halt einfach, ja, das ist einfach ein schönes Gefühl, dass da jemand da ist und das zwingt einen dann auch fast so ein bisschen zu einem Lächeln, ich meine, das ist ja was, was sowieso hilft. Ist mir ehrlich gesagt unterwegs ein bisschen schwer gefallen und habe es auch immer wieder vergessen, mich selber daran zu erinnern, dass es Spaß macht, dass man das freiwillig macht, dass man einfach, ja, dass so ein Lächeln einem einfach auch weiterhelfen kann und wenn das dann von ganz alleine kommt, weil die Leute da stehen, ja, dann sind die letzten Runden, dann sind die letzten Kilometer einfach auch nur so verflogen eigentlich. Letztendlich kann man es fast vergleichen wie mit einem großen Stadioneinlauf, wo dann, ja, Musik ist, wo man das einfach vorher auch visualisiert. Man sieht sich über eine Ziellinie laufen, man sieht die Zuschauer auf den Tribünen, man hört seinen Namen, das hilft einem ja alles weiter im Training und hier war es tatsächlich so, dass ich von vornherein mich visualisiert habe, wie ich um den See laufe und weiß, irgendwann kommt der Zeitpunkt, an den du auf die Uhr gucken kannst und dann stehen da 92,195 und dann drückst du auf Stopp und dann ist Feierabend, genau an der Stelle und das ist auch das, auf was ich die ganze Zeit hingearbeitet habe, von daher ganz anders, aber ja, genauso befreiend letztendlich. Hast du? 42,1, zwei, schön weg. Es war ein fantastischer Tag, er war härter als gedacht, aber letztendlich wegen der äußeren Bedingungen. Mental war es tatsächlich für mich überhaupt gar keine Frage, also es ging wirklich überraschend gut. Das war natürlich auch was, was ich vorher überhaupt nicht wusste, kommen dann vielleicht häufiger noch Gedanken daran auf, das ist ja im Prinzip hier alles nur Training, das ist alles selbst organisiert, das ist aber überhaupt nicht passiert, von daher war es eine fantastische Erfahrung, einfach auch das da machen zu können, wo ich einfach super, super gerne unterwegs bin. Ich träume weiter davon, irgendwann beim Norseman teilzunehmen, auch wenn das nach so einem Tag noch viel schwerer vorstellbar ist, wie das gehen soll, aber wenn man es dann weiß, dass man dabei ist, wenn man Platz hat, da muss man vielleicht im Training auch nochmal ein bisschen was anders machen. Ansonsten würde ich einfach nicht so weit planen, ich schließe das nicht aus, dass ich nächstes Jahr eine lange Distanz mache, habe aber auch keine konkret vor Augen, es sei denn, der Startplatz winkt dann irgendwo bei der Auslosung, im Oktober wird sie glaube ich nicht sein, dann müssen wir nochmal neu reden. So Leute, ich glaube es ist noch der Hände rum, einmal lustig. Also Untertitelung des ZDF, 2020